Es herrscht ein regelrechter Hype um Apfelessig. Ich habe mir mal die aktuelle Studienlage angesehen und möchte dieses Produkt mal genauer bewerten. Was es denn wirklich kann, wenn es wissenschaftlich geprüft wird. Wenn du daran Interesse hast und mich begleiten möchtest, bleib bis zum Ende dran. Zunächst, was ist überhaupt Apfelessig? Im Prinzip ist es ein flüssiges Gewürz oder auch ein Konservierungsmittel. Der größte Bestandteil von Essig ist Wasser und Essigsäure. Ein Apfel beinhaltet jede Menge Säure, zum Beispiel Zitronensäure oder Apfelsäure. Auf Dauer wird durch Bakterien aus dem Zucker in dem Apfel Alkohol. Dies passiert durch die alkoholische Gärung. Aus dem Alkohol wird mit Hilfe von Essigsäurebakterien, die sich überall befinden, auch in der Luft, Essigsäure fermentiert. Es wird chemisch einfach Sauerstoff gebunden an den Alkohol, sodass er zu Essigsäure wird. Was erhalten bleibt, sind sekundäre Pflanzenstoffe aus dem Apfel aber. Welche Wirkung hat ein Apfel auf unsere Gesundheit, damit wir verstehen können, was der Essig aus dem Apfel so kann? Es gab eine außerordentlich interessante Studie zum Thema Blutzucker und Äpfel. Doch wieso ist der Blutzucker so wichtig? Es ist unfassbar, wenn man sich diesmal vorstellt, dass der Blutzucker mehr das kardiovaskuläre Erkrankungsrisiko erhöht und damit die Todeszusache Nummer 1 in Deutschland und weltweit, als Rauchen oder ein schlechter Cholesterinwert oder Blutdruck oder Übergewicht. Es gibt keinen schlimmeren Killer, der das Risiko über 7 Mal mehr steigern lässt. In der Studie wurde Reis gegessen und einmal wurde vor und einmal wurde danach der Apfel gegessen. Es ist statistisch signifikant zu sehen, dass der Blutzucker und das Hormon Insulin, welches den Zucker aus dem Blut in die Zellen zieht, beides viel tiefer waren, wenn der Apfel vor der Reismahlzeit gegessen worden ist. Da muss ich Entwarnung geben. Das ist keine Superkraft des Apfels. Das können zum Beispiel auch Heidelbeeren zu einer Mahlzeit. Diese senken ebenfalls statistisch signifikant den Blutzucker in einer anderen randomisierten humanen Studie sehen wir hier. Das liegt schlichtweg an den Ballaststoffen. Diese erhöhen die Aufenthaltsdauer im Magen-Darm, wodurch weniger Zucker pro Zeiteinheit in das Blut gelangt. Doch Essig hat keine Ballaststoffe. Also kann es nicht daran liegen. Was würde denn passieren, wenn man Gemüsesaft zu sich nimmt? Dieser hat auch keine Ballaststoffe. Würde es Auswirkungen auf den Blutzucker haben? Denn, ich wiederhole, Apfel und Früchte haben wir geprüft und bezogen auf den Blutzucker. Diese haben einen Einfluss, weil sie viele Ballaststoffe haben. Jetzt ist die Frage, Essig hat ja keine Ballaststoffe. Warum sollte Essig denn den Blutzucker senken, so wie überall behauptet wird? Daher testen wir jetzt. Wenn wir einfach mal Gemüsesäfte zu uns führen, die ja auch keine Ballaststoffe haben, was passiert denn dann? Dazu gab es diese Studie aus dem Jahre 2019. Insgesamt 10 gesunde Freiwillige im Alter von 20 bis 29 Jahren nahmen 30 Minuten vor dem Verzehr des gekochten Reises entweder 200 Milliliter Wasser, eine Zuckerlösung mit der gleichen Zuckerzusammensetzung wie der Gemüsesaft oder Gemüsesaft zu sich. Und ihr Blutzucker und Insulinspiegel wurde gemessen. Man sieht hier eindeutig, dass sowohl Gemüsesaft und Zuckerlösung den gleichen Zuckeranteil hatten. Der Blutzucker weniger stark stieg durch den Gemüsesaft im Vergleich zum Zuckersaft. Fazit. Ballaststoffe senken den Blutzucker bei einer Mahlzeit. Durch ganze Früchte. Aber auch sekundäre Pflanzenstoffe senken den Blutzucker, unabhängig wie viel Zucker in der Lösung enthalten ist. Apfelessig hat keine Ballaststoffe, kann dadurch also nicht den Blutzucker senken. Aber er beinhaltet sekundäre Pflanzenstoffe alleine schon an der Farbe zu sehen. Zunächst gab es eine Säugetierstudie zu Apfelessig. Hier gab man Wasser, eine Zuckerlösung oder die Zuckerlösung und Apfelessig. Wie man sieht, erhöhte das Wasser nicht den Blutzucker. Die Zuckerlösung hingegen schon. Und in der Zuckerlösungsgruppe plus Apfelessig senkte der Essig den Blutzucker fast so stark wieder, als wenn die Tiere Wasser getrunken hätten. Das Ganze war auch geschlechtsübergreifend Konsens bilden, das heißt projizierend. Wer jetzt denkt, das ist eine super Idee, jetzt kann ich meine Süßigkeiten essen und einfach Apfelessig dazu saufen, den muss ich enttäuschen. Denn man sieht hier deutlich, durch den Zuckerkonsum auch mit Apfelessig kam es zum Abfall des guten HDL-Cholesterins. Einfach zu merken, HDL, hab dich lieb, ja gleich gutes Cholesterin. Da ist das überschüssige Fett wieder aus dem Blut entfernt und zur Leber bringt. Und das in hohen Mengen bedenkliche LDL ist gestiegen. So wie die Leberwerte sind gestiegen. Und das alles statistisch signifikant, nur weil man raffinierten Zucker zu sich nahm. Oder auch hier in dem Fall Getränke mit raffinierten Zucker. Egal ob Apfelessig dabei war oder nicht. Dieser rettet dich nicht vor diesen schlimmen Auswirkungen. Des raffinierten Zuckers. Doch wie sieht es beim Menschen aus? Wirkt doch Apfelessig genauso? Mittlerweile kann man sagen, dass Tierstudien sehr gut auf den Menschen projizierbar sind. Es wird oft behauptet, dass die Mengen, die die Tiere bekommen, pro Kilogramm gar nicht auf den Menschen projizierbar sind. Und damit vergleichbar sind. Die der Mensch sonst zu sich nehmen würde. Das ist leider ein Laienfehler. Denn kleine Säugetiere haben natürlich einen viel höheren Stoffwechsel. Und damit ist doch klar, dass sie auch mehr von der Substanz brauchen, um den gleichen Effekt im Menschen zu haben. Das kann ich jetzt gut zeigen. Schaut man sich diese randomisierte Menschenstudie an. Diese Menschen bekamen 20 Milliliter Apfelessig täglich. Und dann wurden diese zufällig aufgeteilten Gruppen mit Apfelessig und ohne miteinander verglichen. So sieht das Ganze dann aus. 62 Teilnehmer, insgesamt ca. 30 pro Gruppe. Das Wichtigste, eine gute Studie ist immer, ob die beiden Gruppen sich denn statistisch signifikant unterschieden im Körpergewicht, Geschlecht und so weiter. Das war nicht der Fall. Die Gruppen konnten gut miteinander verglichen werden. Was ebenfalls für die Studie spricht, ist, dass noch geschaut wurde, wie aßen die Menschen. Kalorien, Fette, Kohlenhydrate, Proteine, Ballaststoffe und selbst das Cholesterin wurde gemessen. Auch dort konnten die Gruppen miteinander verglichen werden, denn sie unterschieden sich nicht statistisch signifikant. Los geht's. Die Ergebnisse nach 8 Wochen bei Zuckerkranken. FPS steht für den gefasteten Blutzucker. Man sieht hier, dieser ist statistisch signifikant gesunken um 10 Deziliter, wohingegen in der Placebo-Gruppe der Wert sogar um 16 Deziliter nüchtern gestiegen ist. Damit unterschieden sich die beiden Gruppen statistisch signifikant, bezogen auf den nüchternen Blutzucker. In allen anderen Werten, wie das Insulin, also das Hormon, welches den Zucker aus dem Blut in die Zellen zieht, sowie die Sensivität des Insulins, der Homa-Wert und so weiter, sind diese Werte gleich gut gesunken, teilweise besser in der Kontrollgruppe beim Homa B, also der Wert für die Insulinsensivität. Das wundert mich doch sehr, wenn alles besser wird, außer der Blutzucker selbst, der von Insulin beeinträchtigt wird. Aber nun ja, der Apfelessig senkte hier, na gut, den Blutzucker. Dann wurden noch weitere Parameter abgenommen im Blut, zum Beispiel oxidativer Stressmarker, die wie Sauerstoffradikale sind. MDA war hier einer. Das bedeutet Malondialdehyd, ein Marker für Fettsäureoxidation im Körper, das heißt für ranziges Fett, ja. Hier lassen sich die Wissenschaftler darüber aus, dass er gesunken ist im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Statistisch signifikant. Das stimmt auch. Der Stressmarker wirkt im Vergleich zur Placebo-Gruppe hier vermindert. Das spielt für mich aber keine Rolle, da er innerhalb der Gruppe nicht gesunken ist. Die Leute haben vor wie nach der Studie den gleichen Stressmarker-Level MDA gehabt. Daher finde ich die Interpretation der Autoren hier nicht sehr sinnvoll. Des Weiteren ist der zweite oxidative Stressmarker statistisch signifikant innerhalb der Gruppe gestiegen, also nach der Studie mit dem Apfelessig und den Apfelessig-Probanden, nicht aber in der Kontrollgruppe, die kein Apfelessig bekamen. Dort stieg der Stressmarker D-PPH, also die Phenylpucrylhydrazil, nicht statistisch signifikant an und damit unterschieden sich die Gruppen auch hier signifikant. Kurz gesagt, das Radikal D-PPH ist nur in der Apfelessig-Gruppe angestiegen und das statistisch signifikant, nicht in der Placebo-Gruppe. Bei dem MDA ist es genau andersherum, zusätzlich senkte es den gefasteten Blutzucker aber. Die letzte Meta-Analyse aus neun randomisierten Studien und Apfelessig zeigt erstens einen signifikanten Trend bezogen auf die Senkung des Cholesterins und der Triglyceride im Blut durch Apfelessig, nicht aber auf das HDL und das LDL. Des Weiteren zeigte sie eine Senkung und zwar signifikant bezogen auf den gefasteten Blutzucker und den Langzeitblutzucker, den HbA1c, nicht aber bezogen auf das Insulin und dessen Sensivität. Das deckt sich mit den vorherigen Studien aber auch. Da war es ja genau so. Nur der Blutzucker, nichts weiter wie Insulin und so weiter, wurde hier signifikant verändert, sondern nur der Blutzucker wurde gesenkt durch die Gabe des Apfelessigs. Daher als Fazit kann man sagen, dass Apfelessig sehr wahrscheinlich einen Einfluss hat auf den nüchternen Blutzucker und allgemein den Blutzucker bei ca. 20 ml am Tag. Bedenklich ist hier aber, dass das eine Sauerstoffradikal angestiegen ist in der einen Apfelessig-Gruppe und von daher an weiß ich nicht, wie man es jetzt einordnen soll. Wir warten einfach noch weitere Studien ab. Mehr gibt es bisher nicht. Ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden aus den Ergebnissen, die ich für euch hier zusammengesucht habe. Gebt mir sehr gerne noch einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video und ich sage tschau. Gebt mir sehr gerne noch einen Daumen nach oben.